Yo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Dieses Video wird ein eher ungeplantes Video, da eigentlich heute ein anderes online kommen sollte, aber mir ist dann mal wieder was ganz Blödes passiert. Ich wollte eigentlich nur in den Krämer fahren, um eine Kleinigkeit als Geschenk zu holen. Und dann habe ich mich in Rose Gold verliebt und dachte mir, ja, hole ich mal alles, was Rose Gold ist? Nee, also ganz so schlimm ist es nicht geworden. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn ich euch einfach zeige, was ich da so gekauft habe. Mal wieder ungeplant, ihr kennt mich wahrscheinlich, war beim letzten Mal auch so, irgendwie eskaliert das bei mir immer so ein ganz kleines bisschen. Und ja, aber ich freue mich mega. Und der Neko wird in nächster Zeit ganz schön cool aussehen. Aber was ich euch vorab schon mal sagen wollte, es wird nächste Woche ein Video online kommen, was ihr euch am besten alle reinzieht, denn es wird ein krasses Video. Ich werde euch was Heftiges erzählen. Es gibt mega Neuigkeiten. Ja, es wird eine echt kranke Überraschung und ja, ich freue mich sehr, euch das jetzt sagen zu können, denn es hat immer so ein bisschen in der Luft geschwebt und ja, jetzt mache ich es offiziell. Mal gucken, was daraus wird, wie es wird. Und ich kann euch ja so viel sagen, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall krasse Videos auf diesem Kanal geben und vor allen Dingen mehr Videos. Und ja, seid einfach gespannt, seid nächste Woche dabei. Ich werde es ankündigen, nochmal in einem anderen Video, denn diese Woche wird noch eins online kommen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Fangen wir einfach mal mit der ersten Sache an, die ich heute gekauft habe. Und zwar, Leute, es ist saukrass. Dieses Mal ist nämlich keine Schabracke dabei. Ich konnte mich tatsächlich zurückhalten und keine Schabracke kaufen. Aber vor dem Halfter konnte ich natürlich nicht halb machen. So ein mega schönes Glitzerhalfter. Also Halsband wollte ich schon wieder sagen. Warum immer Halfter wollte ich sagen, genau. Das Halfter hier ist von Felix Bühler und extra mit Fell. So, Leute, jetzt kommen noch die rosegoldenen Sachen, die ich geholt habe. Und zwar ist das einmal eine Gerte. Einfach so mega schlicht eigentlich. Einfach nur so ein rosegoldener Griff. Genau, und die ist halt so eine Dressurgärte, deswegen ziemlich lang. Und die ist von Showmaster. Als nächstes kommt ein Halfter, was meine Mom ausgesucht hat. Und ja, ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Ja, die hat ein bisschen übertrieben mit rosegold. Gebt euch einfach dieses Halfter. Lack rosegold, rosegoldene Schnallen. Also ja, der Negro wird es nicht drauf bekommen auf jeden Fall. Dafür werde ich sorgen. Natürlich darf bei dem Halfter nicht der passende Strick fehlen und deswegen auch vom Showmaster ein Strick mit einer rosegoldenen Schnalle. Seht ihr schon den Preis? Der hat 5,99 Euro gekostet. Für einen Strick eigentlich ganz schön viel. Aber naja, die wollte halt alles passend haben. Als nächstes, eigentlich war das auch jetzt mit denen so ein bisschen unschlüssig. Ich wusste nicht, ob ich mir die holen soll oder nicht, weil ich noch so dachte, passt das, passt das nicht. Und zwar sind das neue Sporen. Ich habe ja im Moment silberne Sporen. Und ja, ich weiß nicht. Das Ding ist halt, ich finde es manchmal ein bisschen unpassend, wenn man halt so rosegoldene Sporen hat. Und der Sattelgurt oder die ganzen Riemen am Sattel sind halt noch silber. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Gott sei Dank hat meine Reitstiefel, haben auch kein Glitzer. Also die haben keinen silbernen Skitzer oder so. Sonst würde das halt gar nicht passen. Die sind halt relativ schlecht gehalten. Aber ich dachte mir, ja komm, ich nehme sie einfach mit. Die sehen geil aus. Und ja, warum auch immer. Als nächstes, was mega unspektakulär ist, aber das ist so ein Zusatz zu dem, was ich euch gleich zeigen werde. Und zwar sind das Steigbügelschoner. Denn, wofür braucht man die? Natürlich für Steigbügel. Ich habe mir heute krasse Steigbügel gekauft. Und ja, normalerweise habe ich eigentlich über meinen Steigbügeln keine Schoner. Und mache die einfach so an den Sattel. Aber ich dachte mir halt, das ist Nummer eins besser für den Sattel, wenn da was drüber ist. Und Nummer zwei, diese Steigbügel sind einfach heftig. Deswegen, ihr wisst, die erste Zeit schützt man immer alles mit dein eigenes Baby. Und danach wird es halt doch irgendwie wieder hingehangen. Aber, wie krass sind bitte diese Steigbügel? Oh mein Gott, Rose Gold. Und dann noch mit diesem Glitzer hier. Das sieht einfach zu krass aus. Also, heftig. Die sind halt so ein bisschen breiter von der Auftrittsfläche. Das ist wahrscheinlich eher fürs Springen geeignet. Aber egal. Ähm, ich nehme die jetzt fürs Dressurreiten. Weil die einfach, ich konnte sie nicht da lassen. Weil ich fand die so schön. Und ich wollte die mir eigentlich schon mal bestellen. Habe es dann aber nicht gemacht, weil die ausverkauft waren bei Kramer. Weil so, ja, dachte ich mir jetzt so, wenn sie da stehen. Und das waren die letzten beiden. Deswegen, es war einfach ein Zeichen. Ich musste sie einfach holen. Ja, schon echt gespannt, wie das im Mikro stehen wird. Aber es wird wahrscheinlich mega schön aussehen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall krass. Aber Leute, jetzt kommt das Heftigste. Mega krass. Und zwar, gebt euch bitte einfach mal diese Trense. Die ist mal mega geil. Und zwar ist die von Felix Bühler. Und die hat halt hier oben Rose Gold als Steine. Und hat auch Rose Gold mit Schnallen. Also extrem krass. Die ist sauschön. Hat natürlich direkt schon die passenden, ähm, ja, passenden Zügel dabei. Also es ist echt extrem schön. Das Ding ist nur, ich finde zu so einer Trense passt kein silbernes, ähm, Gebiss. Also muss da auf jeden Fall noch ein Gebiss her in Rose Gold, bevor man die drauf machen kann. Weil das mag ich wirklich nicht machen. Also die anderen Sachen werde ich jetzt schon in der nächsten Zeit alles dran bauen. Aber die Trense, ja, das wird noch ein bisschen warten. Außerdem, ja, würde ich euch jetzt schon gerne sagen. Aber, boah, ich verplappere mich gleich noch irgendwie. Nee, guckt einfach nächste Woche das Video. Ich habe es euch schon gesagt. Und, ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht weiter verplappern. Möchte jetzt auch nicht weiter darüber reden. Ähm, deswegen würde ich sagen, das war das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind nicht so viele Dinge. Es waren nur ein paar. Aber, ja, wir haben jetzt auch kurz vor Weihnachten. Ich wollte eigentlich nur Geschenke kaufen. Und, äh, ja, da wollte ich jetzt auch nicht so reinhauen mit dem Shoppen gehen. Nächstes Jahr wird es dann wieder krass. Eigentlich wollte ich dieses Jahr gar nichts mehr kaufen. Und, ja. Also es wird auf jeden Fall nochmal ein Roll geben im Frühjahr. Ja, ich würde sagen, seid gespannt aufs nächste Video. Und vor allen Dingen auf das Video nächste Woche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.